Moin Leute, ich habe von TAA jetzt wieder auf SMA umgestellt, weil temporär Antializing einfach Bullshit ist und wir reden jetzt mit Philly. Deswegen sah das letztes Mal so schwimmig aus. Alles klar, also müssen wir im Prinzip... Oh, was soll das denn? Müssen wir im Prinzip nur den Laster wiederbringen. Geil. Kann eigentlich die Flugabwehr mal weg machen, wa? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Hallo? Okay, da war kurz mein Gehen weg. Also mein Sound, okay. Oh, ein Flugabwehr. Was geht ab, Rudi? Dich mache ich kaputt. Was ist das denn? Das hat nicht geklappt. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon so, ne? Ich habe echt keinen Plan, wie ich die Kacke hier töte. Ah. So ging das. Ich glaube, sie sehen voll pixelated aus. Wenn ich die alle ausschalte, dann ist ja eigentlich easy, wa? Kann ich die so töten? Ah, ich verstehe. Wie bei Far Cry 3. Ich habe den jetzt freigelassen und jetzt macht der Randala. Jedenfalls hoffe ich das. Wenn er weiter von da aus... Oh mein Gott. Bruder. Was ist denn da los? Okay, das hat ziemlich viele Pfeile gebraucht, irgendwie. Hat er mich gesehen? Äh... Bleib mal stehen, Bruder. Den Doggy juckt das gar nicht. Das ist jetzt ungünstig, dass ich jetzt nachher da muss. Bist du was? Das ist ja eigentlich eh der Letzte, oder? Ah ne, da hinten ist ja noch einer. Ja, dann machen wir mal einen lauten Knall, komm. Das ist ja rund so fucking stark. Na gut, weg mit dem Hund. Ach, der lasse ich da, ganz ehrlich. Jetzt hätte ich automatisch zu den Messern wechselt, wenn ich halt eh keine Dings mehr habe. Keine Munition für Mollos oder so. Das ist ja auch ein Dings-Sexy-Gun. Okay. Äh, ich bin eher eine Dings-Person. So ist Schorys, so? Aber du vergesst manchmal. Schorys, ist doch ein Dings-Sexy-Gun. Oh, Leute, sorry. Ich hab den nicht getötet. Ist das normal, dass der so klingt? Klingel wie kaputt. Ja, das war eine dumme Idee, die Bank zu fahren. Poin, was geht? Ja, und der Hero braucht Rum. Pika! Was passiert hier? Feli Magi, babe. Mierda, ich fast bin für Packing Foam. Nein, 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 nein. Gold blitzig. Das war gemein. Ja, aber damit, äh, abgeschossen war. Wenn wir sagen, wir sehen uns dem nächsten Part wieder, Leute. Haut rein. Aus mit dir.